Hallo Freunde bei Let's Play, ähm, Let's Play Heroes. Ich hoffe es macht euch ja riesen Spaß mir jetzt das erste Mal zuzugucken, wie ich das zocke. Ähm, ja, das wär's eigentlich auch schon. Das wär's eigentlich auch schon gewesen hier. Ihr seht, ich bin der beste Flieger der Welt. Wenn ihr Bock habt mit mir zusammen zu zocken, dann nehmt mich an. Natürlich habt ihr Bock mit mir zu zocken, ist doch klar. Ah, ich hab echt Probleme mit mir. Okay, 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 den hole ich mir. Okay, der war schon, der wurde schon geholt. Ach ne, damit kann ich eigentlich noch wegfliegen. Gut, flieg ich jetzt noch weg. Oh, ey, Paul's Plämpe, man, die ist ja tausendmal besser als hier, ähm, die ich habe. Was, oh, ich spiel heute. Dreckspotze. Natürlich nicht mehr hier geholfen, ne. Es geht schon ab hier, ich bin bald. Äh. Dreckscamper. Hey. Voll der Camper, sieht man, ne. Ich hasse Camper. Ist hier nicht auch Camper? Oh, ey, Poli-Sers, ey. Dieses dreckige, fetter Arschgesicht. Wie ich immer zu Nationals sage, Nazis. Deswegen bin ich auch kein Nationals. Ich bin zwar ein Deutscher, aber kein Nazi. Äh. Okay, der sieht geil aus. Also, jetzt halt nicht. Ich bin nicht schwul, aber ich muss der andere halt. Der Knight schon wieder. Ha, 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 ha. Alter, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Was? der super langweiler stuhlen herkomm jetzt lässt mich mal hier spawnen ich will endlich mal was für meine leute tun hier okay scheiße es war jetzt egal wir sehen uns bald wieder tschüssi